Die Lehrerin, die wir interviewten, bereitet sich meistens in den Ferien vor. Wenn sie sich vorbereitet, plant sie das nächste Quintal. Für jedes Fach macht sie sich Quintalsziele. Sie kopiert Blätter und macht alles bereit. Dann trägt sie alles in ihr Vorbereitungsbuch ein. Sie ist dadurch sehr flexibel und trotzdem ist sie für sehr lange Zeit vorbereitet. So hat sie noch Zeit für die Feinplanung während des Unterrichts. Sie kann dann auch unter der Woche noch anpassen, wenn sie merkt, dass es nicht ganz aufgeht.